Was ist der Kürbis in unserem Garten? Elena, ist das richtig? Okay. Gut. Und der Bambus wurde von mir gepflanzt. Er symbolisiert das Yang-Prinzip in unserem Garten. Und so entwickelt sich Yin und Yang zu einer ausgewogenen Einheit. Und so entwickelt sich Yin und Yang zu einer ausgewogenen Einheit. Und so entwickelt sich Yin und Yang zu einer ausgewogenen Einheit.